Ich habe keine Bomben mehr, ich kann nicht einen geheimen Raum suchen, ich könnte nur noch den alten Raum suchen. Oder auch immer verstecken sein. Yes, gibt's keins? Gut. Schade, 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 wieder eine Ebene ohne alten Raum. Äh, ja. Auf zum Boss. Oh, wo ist der Boss? Nett, Boss. Oh, das habe ich eine Bombe gerade noch gefunden. Und rein. Headless Horseman. Heller wie ein Giebner. So. Deuter, Orchle, Don't Die. Yes, sir. Ha, 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 little Shad. I has appeared in the best man. Yeah, nimm mal den Pony. Huh, Pony. Pony, Pony. Pony. Ja, wunderbar. Pony. Pony. Pony kann alles. Pony ist super. Pony ist das beste Item, wenn man keine Leiter hat. Ja, tsch. Juhu. Kalopfer. Los. So, kann ich mir denn noch die restlichen Münzen hier noch einsammeln. War nur eine. Aber egal. Ja, und wir gehen jetzt einfach zur nächsten Ebene. Geil loppieren. Aber wenn ich, warte mal. Wenn ich das kurz auflade, ist der nächste Raum schon gleich voll aufgeladen. Bleibt dann auch so lange. He, geiler Bug. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Nee, das Ziel der Partie für Dumme brauchen wir nicht. So, schließe ich gleich zweimal. Gott. Unternehm. Einer down. Oh Gott. So, ein Herz. Ja, wunderbar. Und, ja. Danke, 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 danke. Was hier ist Ihr End? Warum nicht? So, zweieinhalb Herze sind liegen da. Oh, Blimstone. Ist so nervig, dass es, äh, gefixt, äh, genervt wurde. Genervt. Baby Boom. Hormic Bombs. Cool. Hatt' ich auch noch nie gehabt. Netter Raum. Den einen noch hier noch. Yes. Got hope. Wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Bist du da, der Shop? Nein, ein Spielzeugautomat. Ja, schön. Schön, dass du dich selbst in die Luft gespringt hast. Warte, ist da vielleicht ne Dings? Äh, den Geheimraum? Könnte ich in den... ...Bossstellingsraum da rein? Natürlich nicht. Wäre auch so gütig gewesen. Schnitt durch. Bomben fliegen. Oh, Bomben fliegen. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Oh, ich leif' hier noch drinnen. Ach, da oben ist noch einer. Wow. Der Schnitt hat... ...Autsch, Autsch. Oh, gut. Äh, Shopraum, meine ich. Oh, ja. Komm, komm. So, Schlüssel. Shop. Batterie. Ja, nehmen wir mal mit. Strange. Nehmen wir auch mit. Die Stärkekarte. Noch eine Münze. Die hat die Schlüssel auch noch mit. So, soll ich schnell noch die Herzen ein hier. Und dann müsste auch alles schick sein hier. Ja, husten, 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 husten. Ja, hm. Unnötige Treffer sind nun nötig. So, noch ein Herz noch. Und dann... Auf zum Boss. Wie, Isaac, Krenz. Oh, komm. Oh, bisschen Speed Up, ey. Hohin nicht schlecht. Aber na gut. Mein soll ja nicht mecker. Bremstone ist ein ganz gutes Item früher gewesen. Aber jetzt ist es so ein bisschen... Isaac, was ist wahr? Oh, ja. Die rote Mame. Die ist immer... Oh, gefährlich. Batterie lädt sich wieder auf. Oh, schaff ich keinen Run überhaupt? Isaac, ja, Mom. Ja, Mom. Isak wurde geschlossert. seine Mutter, mit dem Willen zu beurteilen, seine Gott, war auf Isak. Ich werde das, was ich gesagt habe, mein Herr. Ich liebe dich über alles, die Mutter von Isaacs wiederholt. Das war der Ende der Lied für Isaac. seine Mutter war viel zu stark für ihn. Aber nur als er seine Feind akzeptierte, hat Gott interveniert, um einen Engel von oben zu verabschieden, um seine Mothers Hand zu stoppen. Und nur so, war es vorbei. Ja, ich hoffe, ich kriege das irgendwie gebacken, dass mein Laptop mal ein bisschen leiser funktioniert. Und nicht immer so laute Geräusche macht von sich. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist seitdem ich das mal gekauft habe. Ja. Ja, die... Okay, um Monstrum 2. Oh, bin ich müde nach dem harten Arbeiten heute. Und dann noch aufnehmen. Ja. Ich zahle nur für euch. Bis dahin.